Hey meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Dieses Video wird sehr, sehr krass, denn Epic Games bringt immer mehr seltene Emotes, beziehungsweise immer mehr seltene Sachen zurück. Manchmal werden sie gelöscht und heute Nacht im Item Shop, in der Item Shop Aktualisierung, ist was geisteskrankes passiert. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Als erstes, Leute, geht natürlich immer noch auf dem Epic Games Store, auf dem Epic Games Launcher, hier oben auf Store, könnt ihr runter scrollen zu gratis Spiele. Jetzt ist es Fist Forget in Shadow Torch, ne? Ist bis 17 Uhr heute noch online und ich glaube, dann kommt heute noch ein Gratisspiel und das müsste es gewesen sein. Entweder noch eins oder danach nochmal eins. Auf jeden Fall ist es dann gewesen, holt euch die Spiele, die sind echt, manche haben Wert von 30 Euro, jetzt kriegt ihr sie kostenlos. Nutzt die auch, wenn ihr sie euch nicht holt, ladet sie euch aber definitiv runter. Beziehungsweise steckt sie einfach in eure Bibliothek. Aber Leute, jetzt geht's richtig ab. Und zwar fangen wir jetzt erstmal an mit Sachen, die Epic, ja wie soll ich sagen, ins Game zurückgebracht haben, die sehr, sehr selten waren. Dann seht ihr einmal dieses Bild. Ganz genau, hier seht ihr einmal diese, ähm, ähm, ja wie sag ich, soll ich jetzt sagen, diese, ähm... Ganz genau, Leute, auf diesem Bild, sag ich mal, die Hippie-Skins sind die beiden Skins. Dann diese Spitzhacke, diese Waffenlackierung. Dann noch, ähm, zu diesen zwei Hippie-Skins die passende Hippie-Spitzhacke. Die habe ich tatsächlich schon, seitdem sie das letzte Mal im Shop war. Also sehr, sehr alt, sehr, sehr selten. Und diesen Gleiter und dann hier den Tidy-Tanz, auf Deutsch den Saubertanz. Die waren ungefähr, ihr seht's auch hier, der Tidy-Tanz war knapp 1500 Tage nicht mehr im Shop. Und alles war über 700, 800 Tage nicht mehr im Shop. Also über zwei Jahre, also extrem seltene Sachen. Die Sektion war im Shop. Und zwar sah das Ganze so aus, ne. Wenn ich auf dieses Bild klicke, worldet a year or more. Also war mindestens ein Jahr im Tresor. Dann hat Epic diese Sachen, diese Skins, diese, ähm, Spitzhacke, den Gleiter und den Sauber- beziehungsweise Tidy-Emote wieder in den Item-Shop gebracht. Was ihr jetzt halt wissen müsst, das war nicht drinnen den ganzen Tag. Der Shop hat sich um eine Uhr nachts aktualisiert. Ähm, und eine Stunde später war das Ding weg. Das heißt, Fortnite hat die reingebracht. Die Leute, die da noch online waren, hatten die Chance, sich das zu kaufen. Aber dann war's mitten in der Nacht weg. Die haben's reingebracht, dann war's weg. Komisch, hat man sich gefragt. Hä? Tidy-Tanz vor allem und auch die Sachen. Also das war alles selten. Fortnite bringt sie rein, also Epic bringt sie in den Item-Shop. Auf einmal waren sie dann einfach wieder weg. Man hat sich gedacht, hä? Warum bringen sie das rein? Und dann tun sie's wieder weg. Aber das war leider, beziehungsweise das war komischerweise nicht das Einzige. Denn wenn wir hier jetzt mal bei, ähm, Features, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, Features oder so, ähm, in den Item, beziehungsweise in den Item-Shop-Videos, macht er ja jeden Tag Link von dem Video, beziehungsweise Link von seinem Kanal, ist in der Infobox. Dann war das auch schon mal hier, ihr könnt's sehen, am 7.12. Am 7.12. kam ein weiterer Emote in Shop, und zwar Überschwang, ne? Ich zeig's euch mal. Überschwang, genau, der Tanz hier unten, wenn ich hier, ich kann ihn euch zeigen, so sieht der aus. Das ist der Überschwang-Emote. Was ihr wissen müsst, dieser Überschwang-Emote war extrem selten, also über tausend Tage nicht im Shop. Okay, denkt man sich jetzt, aber dieser Tanz war drinnen, wurde dann aber auch wieder nach ungefähr einer Stunde entfernt. Also schon die zweite Sache, beziehungsweise schon eine weitere Sache, die Epic ganz, ganz selten geholt hat, in den Shop gebracht hat, und dann auf einmal wieder entfernt worden war. Ich frag mich, warum Epic das macht. Und jetzt ist es wieder geschehen. Am 26.12., also gestern, Leute, ist es wieder geschehen, ähm, es war ein Random-Item im Shop, und zwar war das der Dreh-Hängegleiter. Ihr könnt das sehen, wenn ich's kleiner mach, der Drehpunkt-Hängegleiter, ne? Dieser Hängegleiter war auch, glaube, über tausend Tage nicht mehr im Shop gewesen. Also auch dieses Item war ganz, ganz, ganz selten, und Fortnite, also das war exclusive, nur wenn man das und das hatte. Das war also sogar noch ein exclusive Item, und extrem selten. Und die Leute, die das hatten, werden sich jetzt denken, ach du Scheiße, aber dieses Item war auch nur eine Stunde oder so im Shop, ne? Die haben's reingebracht, und nach kurzer Zeit hat Epic es wieder aus dem Shop gelöscht. Also hatten wir das jetzt schon mit drei Sachen insgesamt. Mit drei Sachen hat Epic es reingebracht, und es wurde einfach nach kurzer Zeit wieder entfernt. Und ich bin mir ziemlich sicher, also manche denken, es sind Fehler, aber dreimal derselbe Fehler, mit einem Random-Extrem-Seltenis-Item, ne? Das ist halt schon ziemlich krass, dass das passiert. Abgesehen von diesen drei Sachen, die in den Shop gekommen sind, und das, ähm, ja, direkt wieder entfernt worden sind, gehen wir jetzt mal in Fortnite rein. Wenn wir hier in Fortnite drin sind, klicken wir auf, klicken wir auf Item-Shop, Leute. Wir klicken auf Item-Shop, und wenn wir von ganz oben schauen, sieht das so aus, ne? Dreh die Musik auf, also viele Ikonen, Ikonen, Icon-Tenses sind wieder drin, und so weiter. Diese Skins sind auch gefühlt jede drei Wochen drin, also viel ist hier nicht seltsam. Aber jetzt geht's ab. Wenn wir hier sind, steht hier mindestens ein Jahr im Tresor, ne? Zusätzlich zu den, ähm, vielen Items, die drinne waren, und nach einer Stunde wieder entfernt worden sind, ne? Was sehr, sehr seltsam ist, hat Fortnite jetzt wieder reingehauen, und zwar ganze, ich glaub, zwei Spalten. Ganze zwei Spalten, drei, drei Spalten, Leute. Drei komplette Sections im Item-Shop sind, ähm, ganz, ganz seltene Items. Hier einmal, diese Items, die wir hier sehen, waren alle mindestens ein Jahr nicht mehr im Shop. Also mindestens 365 Tage waren sie nicht im Shop, ne? Warum bringt Epic denn so viele, ähm, seltene Items zurück? Jetzt hier drei Spalten, ne? Mit der Hack-Spitzhacke, ähm, Killer-Auftrag-Skin, Schneidezahn-Dominatorin, also diese hatte ich schon vorher. Und dann hier unten aufgeweckt, der Tanz, und so weiter, ne? Und diese Waffenlackierung, Freestylerin, also muss man echt sagen, ne? Die Skins hatten sie drinnen, wir hatten schon einiges drinnen, was dann schon nach einer Stunde entfernt worden ist. Drei Sachen jetzt insgesamt, was sehr, sehr selten war, also 1500 Tage. Und jetzt sieht man hier tatsächlich mindestens eine im Tresor, drei komplette, ähm, Spalten. Finde ich sehr, sehr krass, dass Epic so viele, ähm, ja, seltene Items wieder raus hat. Man merkt es aber, oft kommen sehr, sehr seltene Sachen wieder im Shop die letzten Wochen. Finde ich sehr, sehr krass. Schreibt mir da mal eure Meinung in die Kommentare, Leute. Das, was mit dem Video, haut rein. Euer Schmerle und ciao. Schmerle und ciao.